Also das wird jetzt kein Video von wegen, ja, mach ein Fitness-Door oder so, sondern wir gehen wirklich spezifisch auf sieben Nischen ein, warum ich der Meinung bin, dass das Ganze funktionieren wird und warum auch, du wirst gleich bei der Auflistung merken, warum man etwas spitzer gehen sollte. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren YouTube-Video hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Krass, wie die Zeit vergeht, es ist schon wieder Februar, ich hoffe, ihr seid alle gut in das neue Jahr reingerutscht. Und wir haben ja gerade Chinese New Year und jetzt ist gerade der perfekte Moment eigentlich, sein E-Commerce-Business zu starten. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache heute mal ein Video zu den sieben Nischen im Bereich Dropshipping und E-Commerce für 2022, was meiner Meinung nach wirklich sehr großes Potenzial hat, auch für die weiteren Jahre natürlich. Und was auch jetzt wichtig ist, das heißt, ihr werdet gleich merken, dass da so ein bisschen ein Pattern ist. Ich werde euch da diesbezüglich auch natürlich sagen, um was es da konkret geht. Und ja, ich freue mich, also das wird jetzt kein Video von wegen, ja, machen wir einen Fitness-Store oder so, sondern wir gehen wirklich spezifisch auf sieben Nischen ein, warum ich der Meinung bin, dass das Ganze funktionieren wird und warum auch, du wirst gleich bei der Auflistung merken, warum man etwas spitzer gehen sollte. Also ich würde sagen, wir gehen mal auf mein MacBook hier und fangen gleich mal mit der ersten Nische hier an. Space-Saving-Furnishing-Niche. Das heißt, momentan, beziehungsweise überhaupt in letzter Zeit, ist ja das Thema Minimalism, Tiny House, all diese Geschichten sind sehr, sehr gefragt. Das heißt, viele schwenken gerade um und sagen, hey, wir haben keinen Bock mehr auf so große, haue ich es auf die Autos, sondern eher, ja, minimalistisch zu leben. Und ich nutze immer gern Google Trends, um ein bisschen das Ganze abzugleichen. Und übrigens, wenn jemand fragt, ob Dropshipping tot ist, schaut nicht so aus. Wir können hier mal Minimalism eingehen. So, hier sieht man auch, die letzten zwölf Monate weltweit geht auch wieder hoch. Das heißt, alles, was mit so Tiny House, Tiny House ist, glaube ich, hier schon länger auch relativ im Trend. Ihr seht hier die Linie, das ist immer sehr beständig. Und im Prinzip kannst du da wirklich so ein Nischen-Store rausbauen zum Thema platzsparende Möbelstücke oder Regale. Oder da gibt es ja so geile Sachen. Also ihr könnt gerne mal auf AliExpress durchschauen, beziehungsweise je nachdem, wo du halt deine Produkte beziehen möchtest. Aber ja, das ist eine Nische, wo ich krasses Potenzial drin sehe und definitiv empfehlen kann. Zweitens, Fitness. So, ich habe vorhin gerade gesagt, es wird nicht so groß überschlagshalber sein. Und das ist auch der Pattern, den ihr gleich merken werdet. Und zwar, es geht einfach immer nur um Niche Down. Sei spitz mit deinem Store. Spezialisiere dich auf einem Bereich. Jeder kann ein Fitness-Store jetzt machen, wo er alles verkauft. Du wirst einfach nicht erfolgreich sein. Vielleicht, wenn du mal so ein Winning-Product hast und mal ein bisschen Umsatz schiebst. Aber wenn du einen allgemeinen Fitness-Store machst, bist du komplett in der Konkurrenz mit echt großen Brands. Und deswegen meine ich, dass du das wirklich spezifisch, weil in Fitness gibt es zum Beispiel oder in jeder Nische, sage ich mal, gibt es halt Sub-Nischen oder Unterkategorien. Und jetzt als Beispiel, wirklich bin ich der Meinung, das geht definitiv durch die Decke aus zwei Aspekte. Du möchtest ein Fitness-Store machen, mach einen Store für selbstständige Unternehmer, Geschäftsführer, die zwischen 30 und 50 sind, die einfach nicht so viel Zeit haben für Fitness, aber trotzdem wissen, hey, die haben vielleicht rückgeschwärzt oder ein paar Beschwerden und die müssen einfach ein bisschen was machen. Ich kenne das hier selbst, wenn du echt unter Strom bist die ganze Zeit und such dir in dieser Nische halt, du hast wirklich eine spitze Zielgruppe, die du mega geil auf Facebook targetieren kannst. Also du kannst alle selbstständige Geschäftsführer, Unternehmer, all die Leute, ja, targetieren, auch mit zum Beispiel Flex-Targeting, sprich die, die sich vielleicht auch für Fitness interessieren oder was auch immer. Wie du das machst, dann ist ja egal. Aber wenn derjenige dann auch auf den Store kommt, dass er wirklich merkt, hey, er ist da richtig, er ist zwischen 30 und 50 oder 30 und 60, er ist Unternehmer, er ist Geschäftsführer. Und basierend auf dessen kannst du dir Produkte rauszuholen im Bereich Fitness, die du halt, was du halt im Büro zum Beispiel schnell machen kannst, sei es Sprungseile, sei es irgendwelche, es gibt immer irgendwelche Produkte. Und das, um das geht es auch 2022 und wirklich weiter. Sei wirklich spitz in deiner Nische. Du wirst heftige Conversion Rates haben, du wirst wirklich sechsstellig im Monat umsetzen. Das ist ein bisschen easy, wenn du das befolgst, wenn du eine geile Nische auswählst, eine geile, dass wirklich Sub-Nische reingehst für eine spezielle Gruppe, die sollte jetzt nicht zu klein sein. Aber ja, du wirst massiv erfolgreich sein, kann ich dir garantieren. Dann können wir uns ja mal kurz nochmal anschauen, Fitness, aber wir wissen ja eh, ich meine jetzt vor allem Januar, Februar, März ist sowieso immer ein Hoch wegen den Neujahresvorsätzen. Aber es ist jährlich, also Fitness ist immer ein Thema. Nummer drei, Organic Products, klar, vegan, all diese statt Plastik, Papier nehmen und so weiter, wissen wir alle, ist schon länger ein Trend, wird auch im Trend bleiben. Und hier das Gleiche, du könntest hier wirklich spezielle Sub-Nischen raussuchen und wirklich einen Store bauen, der sich nur auf eine Produktpalette zum Beispiel spezialisiert oder eine Zielgruppe, eine spezifische, Zielgruppe A ist einfach jeden. Und Organic Products oder Vegan, schauen wir mal, ob da, hier, das ist immer im Trend und all diese organischen Geschichten sind natürlich super. Dann Punkt Nummer vier, Health, hier das Gleiche wie bei Fitness. Du kannst einen speziellen Nische-Store bauen, wenn wir jetzt sagen, Health wären zum Beispiel diese, was ganz gut funktioniert, sind diese Water Bottles, Premium Water Bottles. Können wir auch mal schauen. Das heißt, hier gibt es so Water Bottles, die echt geile Sachen können und so weiter. Sieht man hier, die hatten einen Down, aber das geht auch wieder hoch. Schauen wir mal, ob es Premium Water Bottles auch gibt. Aber ja, die Leute werden einfach um, um, okay, Premium Water Bottles, das Problem ist, Fiji Water, das ist also nicht, aber ist auch im Kommen. Also alles, was halt so im Bereich Gesundheit ist, macht einfach Sinn. Und hier wieder, wichtig, bitte sucht euch eine Sub-Nische aus. Es bringt nichts mit den großen Player da rum zu, ja, battlen. Du wirst nicht gewinnen und umso spezifischer dein Store ist, umso genauer du deine Zielgruppe eingrenzen kannst, umso geiler kannst du Marketing machen, dein Store. Die Leute, du wirst Conversion Rates haben von 6, 7, 8, 10 Prozent. Es ist wirklich wichtig, dass du heutzutage sehr spezifisch eine Nische aussuchst, die Zielgruppe kennenlernst und die wirklich mit den Problemen, die sie hat, die Lösung bietet mit deinen Produkten. Und du wirst wirklich, wirklich sehr viel Geld verdienen, Kundenzufriedenheit und du hast auch natürlich den Faktor, dass du, was ich ja schon seit Jahren predige, dass du von einem simplen Dropshipping-Store wirklich eigentlich von vorne weg Richtung Brand gehen kannst. Weil sobald du dir eine erste paar Monate, deine ersten Umsätze gemacht hast, nächster Step sofort Branding, Produkte Import oder vielleicht sogar selbst erstellen, wie du das machen möchtest. Aber das ist wirklich wichtig. Dann Canvas, also diese ganzen Wandbilder und das, das ist auch schon seit Längerem im Trend. Hier wieder das gleiche Spiel, funktioniert ganz, ganz gut, aber ich würde dir empfehlen, wenn du solche Wandbilder machen willst, dass du hier wieder nischenspezifisch arbeitest. Das heißt, ich würde jetzt nicht hergehen und in so einen Canvas-Store machen für, weiß ich nicht, für alle Bereiche, sondern zum Beispiel wirklich spezifisch für eine. Es gibt ja einige Canvas-Stores, die sich auf Unternehmer zum Beispiel richtet, wo die ganzen Bilder von John Belfort und Leonardo DiCaprio, Wolf of Wall Street, die ganzen Geschichten. Ich würde da, aber da sind schon sehr viele drin, ich würde mir da eine speziellere Nische suchen. Da gibt es einiges, du kannst eigentlich das gut verbinden mit Hunden oder mit Katzen oder mit Pferden, was auch immer ist ja egal. Hauptsache eine Sub-Nische und wirklich sich spezialisieren auf eine Sub-Nische. Aber ja, Wandbilder, auch eine super Profit-Marge dabei und ja. Gaming, Gaming ist sehr, sehr groß, wird immer mehr, es gibt immer mehr Streamer, also auf der ganzen Welt, wenn man das so ein bisschen beobachtet, auf TikTok, GTA, RP oder wie das heißt. Formel 1 wird massiv gezockt, also allgemein Gaming ist echt riesengroß, E-Sports wird immer größer. Wenn du hier genauso einen Store, du könntest zum Beispiel hier genauso einen nischenspezifischen Store machen für eine Altersgruppe, für eine spezielle Zielgruppe und eine spezielle Produktpalette. Ganz wichtig, mach nicht einfach wieder so einen Gaming-Store, so einen Riesen mit, wo alles drinnen ist, sondern spezialisier dich. Und die letzte ist natürlich die Evergreen-Mitch, schlechthin Pain, also ich habe jetzt gar nicht Gaming eingegeben, nur für euch zur Veranstaltung, also das ist sowieso. Und Thema Pain, eh immer, also wenn wir jetzt sagen, Backpain zum Beispiel, ist immer oben, oder was haben wir noch, Legpain. Oder, keine Ahnung, Headache, also alles was mit Pain zu tun hat, ist eigentlich immer hoch oben. Und hier dasselbe Spiel, ich würde hier jetzt auch nicht einfach hergehen und einen Pain-Store machen, der, keine Ahnung, alle Produkte drin hat, sondern mich wieder spezialisieren auf eine Altersgruppe, zum Beispiel, keine Ahnung, 40- bis 60-Jährige, die im Büro tätig sind und den Store, deine Message und der Marketing auch darauf richten und dann natürlich die passenden Produkte. Du wirst sehen, das ist crazy, wenn du sehr speziell da reingehst und auch jetzt zum Thema, weil sicherlich viele fragen werden, wenn die Zielgruppe zu klein ist, du musst halt schon schauen, dass du jetzt nicht eine zu kleine Zielgruppe hast von vielleicht 20.000, 30.000 Menschen, aber so eine Micro-Niche oder sehr spezifische Nische hat halt den Vorteil, es ist besser, in dieser Nische der Big Player zu sein, als im Pain-Bereich der kleine Fisch da zu sein. Und du kannst, nämlich, weil du startest ja, du kannst dann ein Brand draus machen, aber du könntest ja theoretisch dann deine Zielgruppen auch wirklich erweitern und erweitern und zum Beispiel neue Produktpaletten oder neue Zielgruppenansprache haben, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, 100.000, 300.000 Umsatz machst im Monat, dann ist es egal. Aber speziell jetzt am Anfang kann ich dir nur raten für jetzt, für die nächsten Jahre, dass du a, das richtig machst und b, dass du wirklich in einem nische-spezifischen Store aufpasst. Ja, das waren meine sieben Nischen, die ihr gerne verwenden könnt, checkt das mal ab, aber mir ist nur wichtig, dass ich euch vermittle, geht speziell in eine Nische rein. Und ja, wenn du wissen willst, wie wir das Ganze machen, dann kannst du hier unten unter diesem Video, ist ein Link, e-community.at und kannst dich bewerben, wir zeigen dir eins zu eins, wie du wirklich in zwölf Wochen das Ganze aufbaust und deine ersten Sales generierst, wie du diese Nischen findest, wie du Produkte in diesem findest, wie du deinen Shop aufbaust, wie du ein Gewerbe anmeldest, wie du Facebook-Ads machst, Google-Ads, TikTok-Ads, wie du Optimierungen machst, wie du E-Mails machst, also im Prinzip eine vollumfängliche Ausbildung in dem Bereich, ich würde mich sehr freuen, wir haben 30 Plätze im Monat, derzeit 10, 15 Bewerber am Tag, das heißt, wir sortieren da sehr viel aus, weil wir natürlich mit coolen Leuten zusammenarbeiten möchten, aber du kannst dich gerne völlig kostenlos und umfänglich bewerben, ansonsten schreib mir gerne in die Kommentare, was du denkst zu diesen Nischen, ob du selbst Nischen-Ideen hast und ja, ansonsten würde ich mich sehr über ein Like und über ein Abo freuen und dann sehen wir uns am Wochenende wieder, zum nächsten Video wird ein Vlog sein aus Dezember, Ende Dezember von Dubai und ja, ich freue mich, vielen lieben Dank und haut rein, ciao, Bye-bye.